Herzlich willkommen, liebe Interessierte und nach Antworten Suchende in dieser außergewöhnlichen Zeit. Ich wollte schon vor einigen Jahren auf diesem Portal interessante Gespräche führen mit Zeitzeugen und Zeitgenossen, die ebenfalls nach Antworten suchen und vielleicht sogar welche haben. Heute ist bei mir zu Gast Willi Klinger. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke. Du bist jetzt auch Mitglied der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung und wir haben ja schon vor dreieinhalb Jahren den Frankfurter Kommunalwahlkampf zusammen gemeistert. Dreieinhalb Jahre ist eine lange Zeit. Wir haben seitdem eine neue Stadtregierung. Wir haben damals auf die Probleme aufmerksam gemacht in dieser Stadt. Hat sich denn seitdem etwas zum Besseren gewandelt? Ja, Patrick. Also wenn man ehrlich sein soll, nein, nicht wirklich. In den drei Jahren ist im Gegenteil eigentlich eher alles nur noch, alle Probleme haben sich nur noch verschlimmert. Wir haben damals darauf angesprochen, vor allem auch das Bahnhofsviertel, die Problematiken, die es dort gibt. Und wenn man sich gerade die Berichterstattung, die Presseberichterstattung, gerade auch die internationale aus den letzten paar Jahren anguckt, dann kann man schon sehen, dass hier einiges im Argen liegt und eine Verbesserung einfach nicht eingetreten ist. Jetzt wird ja in der veröffentlichten Meinung, will ich mal sagen, so dargestellt, dass alles nicht so schlimm sei. Der Müll sei nicht so schlimm. Die bunte und heterogene Stadtgesellschaft sei weitestgehend friedlich. Ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich durch Frankfurt gehe, auf der Zeil, auch in anderen Einkaufspassagen, dass sich so ein erhöhtes, latentes Aggressionspotenzial unter den Menschen darstellt. Ist das nur mein Empfinden oder teilst du das? Ich glaube, das teilen nicht nur ich, sondern das teilen wirklich auch alle und die gesamte Frankfurter Stadtgesellschaft. Man muss einfach nur mal unter die Leute gehen, zum Beispiel, wenn man einfach abends was essen geht und man hört einfach mal zu, was die Leute um einen herum so reden. Dann ist immer die Sicherheitslage in der Stadt ein großes Thema für die Leute und auch die Vermüllung natürlich. Wie soll man sagen, man hat immer, man hat versucht hier die Situation sicherlich auch zu verbessern. Ich will jetzt niemandem unterstellen, dass die Leute einen schlechten Willen haben und das absichtlich machen. Aber durch die Probleme, die wir haben mit eben zunehmender Migration, Armutsmigration und die gescheiterten Maßnahmen dagegen, potenziert sich das Ganze immer mehr. Das Sicherheitsgefühl der Leute ist im Keller. Anders kann man es nicht sagen. Es ist so diese Verdichtung der Gesellschaft, die natürlich auch sozusagen den sozialen Sprengstoff verdichtet und vielleicht etwas nach oben spült. Das ist so das Empfinden, das viele Menschen haben. Jetzt wird uns als AfD ja oft vorgeworfen, wir hätten auch keine Lösungen für die Problematik. Können wir denn, kannst du zwei, drei konkrete Lösungsansätze für die Frankfurter Stadt benennen? Ja, also natürlich muss man sagen, das Problem mit der Migration an sich kann die Stadt Frankfurt alleine natürlich nicht lösen. Das ist eine Bundesfrage, das ist kein Thema. Man kann aber durchaus darauf hinwirken, sehe ich zumindest so, die Probleme im Bahnhofsviertel auch etwas zu mildern. Ich glaube, wenn ich das Ganze richtig analysiert habe, ist das große Problem, dass die umliegenden Kommunen zum Beispiel keine Auffangzentren für Drogenabhängige anbieten. Das heißt, alles aus ganz Hessen, kann man sagen, an Drogenabhängigen, die eben Beikonsum suchen oder auch Konsum an sich suchen, das zentralisiert sich in Frankfurt. Die Stadt Frankfurt hat ja versäumt schon seit vielen, vielen Jahren darauf hinzuwirken, dass andere Kommunen eben auch Suchtzentren aufbauen, Druck aufs Land Hessen auszuüben zum Beispiel. Wenn ich dich unterbrechen darf, mir fällt da konkret ein, es war ja Frankfurt, die Gießen unterstützen wollten als Erstaufnahmeeinrichtung. Also in einer ohnehin schon sehr verdichteten migrantischen Stadt erklärt man sich bereit, auch noch zusätzlich Migranten als Erstaufnahmeeinrichtung zu wählen. Das wäre ja im Grunde genommen so eine Fehlentscheidung. Richtig, das ist auch eine Fehlentscheidung und ist im Prinzip auch genau das gleiche Ding, ob es jetzt um Drogenabhängigen geht oder Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge. Frankfurt lässt sich hier gefallen, dass alles auf Frankfurt abgeladen wird, vom ganzen Land her. Und das macht die Probleme hier auch so schlimm. Um auf die Frage wieder zurückzukommen, was hätte die AfD gemacht, das wären dann sicherlich Entscheidungen gewesen. Entweder, wenn ich dich richtig verstanden habe, sich gar nicht als Erstaufnahmeeinrichtung zu melden und in einem zweiten Punkt über die Regionalversammlungen und andere Gremien darauf hinzuwirken, dass die Umlandgemeinden auch etwas mehr für Drogenabhängige tun. Ganz richtig, damit sich eben nicht alles so zentralisiert. Und das hat Frankfurt immer verschlafen und ich weiß auch nicht, woran das liegt. Fehlender politischer Wille erschließt sich mir nicht so ganz. Diesen Einblick haben wir auch nicht, warum das so ist und warum das versäumt wurde. Aber sicherlich eine AfD-Regierung würde hier andere Töne anschlagen und anders reagieren. Jetzt hatten wir ja Haushaltsberatungen. Die Stadt Frankfurt verfügt ja über einen mehrfachen Milliardenbetrag. Sie ist unglaublich reich, wenn man dann in Nachbargemeinden Mittel- und Nordhessens sieht. Die können von solchen Zahlen nur träumen. Und trotzdem schafft es die Stadt Frankfurt nicht ausgeglichene Haushalte hinzulegen oder gar Schulden abzubauen. Kannst du zu den Haushaltsberatungen was sagen, die jetzt gelaufen sind? Ja, natürlich. Also die Stadt Frankfurt hat eine Krankheit, die kränkelt an einer Sache. Nämlich es werden immer mehr Projekte im sozialen Bereich, im Kulturbereich, es wird diese ganzen Budgets werden immer erweitert und erweitert. Es werden ständig neue Projekte geschaffen, spezialisiertere Projekte, die mit immer mehr Geld im Laufe der Zeit ausgestattet werden, ohne dass geprüft wird, ob diese Wege zu gehen überhaupt sinnvoll ist. Bleiben wir kurz beim sozialen Bereich. Hier gibt es Projekte, die eben sehr, sehr stark spezialisiert sind. Es gibt Projekte speziell für afghanische Frauen zum Beispiel, speziell für Senioren mit Migrationshintergrund. Alles, wie gesagt, sehr, sehr im Klein-Klein. Und für jede dieser Organisationen wird viel Geld aufgewendet. Es müssen Mitarbeiter eingestellt werden, bezahlt werden, Räumlichkeiten und so weiter. All das frisst natürlich das Geld auf, das die Stadt zur Verfügung hat. Und obendrein muss man natürlich auch noch sagen, der eigentliche Integrationsgedanke geht hier dann auch völlig verloren, weil hier Enklaven geschaffen werden für die einzelnen Ethnien, zum Beispiel einzelne Bereiche, die dann eben auch gar keine Interaktion mehr haben mit anderen. Also im Grunde genommen genau der Widerspruch, man will Integration im Rahmen des so viel zitierten Multikulturalismus schaffen, aber fördert im Grunde genommen ja nur die gleichen Gruppen, die sich dann überhaupt nicht integrieren können. Man könnte im schlimmsten Falle von einer Geldverbrennungsmaschine sprechen, die überhaupt nicht das gewünschte Ziel zur Folge hat. Jetzt hat man manchmal das Gefühl, das ist ja nicht nur ein Frankfurter Phänomen. Wir hatten jetzt aktuell in den Nachrichten, dass eine halbe Million ausgegeben worden ist von Politikern, um Europameisterschaftsspiele zu besuchen. Das gab eine Anfrage im Bundestag. Kriegst du in Frankfurt auch was mit von einer Selbstbedienungsmentalität? Ich sag mal ein Stichwort, elf hauptamtliche Dezernenten in dieser Stadt. Ja, wir haben nicht mal eine Million Einwohner. Wie nimmst du das wahr? Ja, also es gibt da so einen alten geflügelten Spruch, der heißt Acht sind genug. Und natürlich, das muss man vielleicht erklären für die Zuhörer und Zuschauer. Im Laufe der Zeit sind die Dezernate von Acht auf Elf aufgeblasen worden. Das ist natürlich auch wieder so ein Thema. Wenn du sagst, Selbstbedienungsmentalität, ja, wenn man böse wäre, könnte man das so nennen. Es werden immer eben auch mehr Posten geschaffen. Gerade auch, was sehr verdächtig ist, wenn eine SPD zum Beispiel und Grüne mitregieren an der Stadt, schaffen sie mehr Dezernate, mehr Stellen. Die Stellen werden ständig aufgeblasen. Und eben auch, wie vorhin schon gesagt, bei den sozialen Projekten ist immer mehr Personal erforderlich. Und muss man auch immer ehrlich sein, wer bekommt diese Stellen? Wahrscheinlich in der Regel bekannte Leute im Dunstkreis eben der Politik. Das kann man stark annehmen und vermuten. Jetzt gibt es neben dem Problem der Migration, dass ja die AfD immer ganz bewusst und deutlich anspricht, dass eben eine aufnehmende Gesellschaft, so heterogen sie auch sein mag, nicht unbegrenzt zuziehende vertragen kann. Weil die Probleme einfach, wir sprachen von der Verdichtung innerhalb der Stadt, zu groß werden. Jetzt haben wir ja das Phänomen, dass die amtierende Regierung in Berlin überhaupt keine Lösungen geschaffen hat, sondern nur neue Probleme. Ich denke an die Energieversorgung. Man ist aus der Atomenergie ausgestiegen. Man kommt aber mit der Wind- und Solarenergie nicht voran. Man will aus der Kohle aussteigen, hat aber überhaupt keine Alternativen parat. Ich denke, die Menschen verdienen zunehmend weniger. Die Steuern sind überhaupt nicht entlastet worden, obwohl das ja ein Hauptthema der FDP ist. Was ist deine Vermutung, warum die Politik der etablierten Parteien trotzdem immer noch so stark ist und doch immer noch einen so hohen Zulauf unter den Wählern hat? Wenn ich eine Antwort darauf hätte, eine definitive Antwort, dann wäre ich wirklich froh. Die kann ich in der Form nicht geben, nur eine Vermutung höchstens. Also meine Vermutung ist tatsächlich, dass viele Leute Traditionswähler sind. Die Leute haben immer das gewählt. Meine Eltern haben das gewählt. Ich wähle auch die SPD, weil ich aus einem SPD-Elternhaushalt komme oder wie auch immer. Ich glaube, anders fällt es mir schwer, das zu erklären. Das Versagen der Politik auf Bundesebene ist überall spürbar, in jedem Segment in unserer Gesellschaft. Und es findet trotzdem kein definitives Umdenken statt. Wie sonst sollte man das konkret erklären? Deswegen glaube ich, dass es hauptsächlich darauf zurückzuführen ist. Vielleicht aber auch noch auf einen zweiten Aspekt ist natürlich gerade die AfD hat es sehr schwierig, in den Medien repräsentiert zu werden, richtig fortzukommen mit den Themen, die wir eigentlich setzen wollen. Es wird alles nur skandalisiert und wir werden problematisiert. Und natürlich vertrauen, so unglaublich das auch manchmal klingt, aber die Menschen vertrauen zum Beispiel der Tagesschau, den öffentlich-rechtlichen Medien immer noch. Und wenn man da dann eben sagt, okay, ich bin zwar konservativ, aber ich kann die AfD nicht wählen, weil das Medienecho so negativ ist, dass sie glauben, sie wählen hier quasi den Teufel persönlich. Da müssen wir ja gar nicht zur AfD schauen. Es ist hochgradig interessant, wie wertend heute Nachrichten sind, die ja eigentlich erst mal nur reine Berichterstattung abbilden sollen. Man hat immer das Gefühl, wenn über Donald Trump berichtet wird, dann wird über den Leibhaftigen berichtet, der mit Schwefelgeruch aus den Tiefen der Hülle emporsteigt. Das heißt, wir registrieren im Grunde genommen ja schon eine Meinungsmache in angeblich neutraler Berichterstattung. Absolut. Ich frage mich an solchen Stellen, wie kann man die Menschen dazu bewegen, sich vielleicht auch alternativen Medien zu öffnen? Hast du da noch eine Idee? Naja, ich sage mal, alternative Medien, die Leute finden alternative Medien, die alternativen Medien finden nicht die Leute. Die Möglichkeit haben alternative Medien leider nicht. Das ist leider eine Tatsache, der wir uns stellen müssen, meiner Ansicht nach. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Menschen immer weiter und immer mehr realisieren, wie tendenziös die Berichterstattung vor allem in den öffentlich-rechtlichen Medien ist. In dem Zusammenhang ist interessant, wir registrieren ja auch, dass offensichtlich die politisch Herrschenden im Moment sehen, dass das Internet und die Vielzahl der Informationsbreite hier eine Gefahr für sie und ihre Politik darstellt. Ich sage mal als Stichwort, da sind wir jetzt auf der europäischen Ebene, den Digital Service Act, wo man eben versuchen möchte, die Meinung zu homogenisieren, Hass- und Hetze-Portale einzuführen, die dann melden sollen. Hier sehe ich eine ganz große Gefahr, denn ich glaube, eine freiheitliche Gesellschaft muss auch die Freiheit darüber haben, über das Medium, das es wählt, entscheiden zu können. Siehst du das auch so? Natürlich, klar, das ist ein zentraler Aspekt einer freiheitlichen Gesellschaft. Nicht nur muss sichergestellt sein, dass die Leute ihre Medien frei wählen können, aber man muss nicht, dieser Digital Service Act, man kann es so drastisch sehen, ist ein krasser Einschnitt in die Pressefreiheit und Meinungsfreiheit. Wird nicht so thematisiert natürlich, es wird versucht, das möglichst verdeckt zu halten, was da eigentlich dann wirklich passiert oder damit erreicht wird. Aber letztendlich ist es genau das. Es ist eine Einschränkung der Pressefreiheit, der Medienfreiheit, der Meinungsfreiheit. Es ist ganz klar, darauf läuft es hinaus. Und gerade diese Meinungs- und Pressefreiheit, ohne die ist eine freiheitliche, demokratische Gesellschaft überhaupt nicht möglich. Unser Slogan in der AfD war ja lange Zeit und ist das noch? Mut zur Wahrheit. Und ich registriere, dass die AfD die einzige Partei ist, die die Freiheit auch ganz groß propagiert. Richtig. Wenn wir jetzt überlegen, dass wir schon wieder Wahlen vor uns haben. Wir wählen im nächsten Jahr den Deutschen Bundestag und wir hier in Frankfurt im März 26 schon wieder die Kommunalparlamente. Was ist deine Prognose? Wie stark kann eine freiheitliche AfD werden? Eine solche Prognose ist schwer abzugeben. Es ist noch viel Zeit bis dahin. Gut, so viel auch nicht. Die Zeit vergeht schneller, als man denkt. Das nehmen wir immer wieder so an. Aber ich glaube, eine Sache. Ich kann keine konkrete Prognose abgeben. Das traue ich mir jetzt nicht zu an der Stelle. Aber wir sehen deutlich, die AfD gewinnt hinzu. Wir werden stärker. Wir kriegen mehr Unterstützung. Und da ist eine interessante Sache. Ich glaube, da möchte ich nochmal drauf eingehen. Wir kriegen mehr Unterstützung, gerade von jungen Leuten. Das heißt, Leute um die 20. Und da ist die große Hoffnung, glaube ich, die wir haben an der Stelle. Wir hatten ja vorhin darüber geredet. Das war auch meine Vermutung an der Stelle. Viele Leute vertrauen noch den alten Medien. Viele Leute wählen alte Parteien, weil sie das aus Tradition tun sozusagen. Oder aus Vertrauen, aus altem Vertrauen heraus. Die junge Generation, die jetzt nachwächst, wird nachweislich konservativer, freiheitlicher. Geht nachweislich mehr in diese Richtung, die wir auch einschlagen, die wir bieten. Wir bieten da mehr Projektionsfläche eben für junge Leute, als andere Parteien das tun. Das merkt man ganz deutlich. Und das ist unsere Hoffnung für die Zukunft. Und ich glaube, deshalb werden wir auch immer stärker werden. Wir werden nicht mehr weggehen. Das ist ganz sicher. Und unsere Zustimmung wird sich, ich will jetzt nicht sagen vervielfachen. Aber wir werden unsere Wählerbasis in den nächsten paar Jahren auf jeden Fall deutlich ausbauen können. Ein sehr positives Zukunftsbild. Und in der Tat gehört den jungen Menschen ja auch die Zukunft. Dir sicherlich noch etwas länger als mir. Aber man ist ja bekanntermaßen immer so alt, wie man sich fühlt. Vielen Dank erstmal, Willi, für dieses Gespräch. Und ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wir werden in der Zukunft hier weitere Gespräche führen. Und auch ich werde Sie mit kürzeren und kleineren Statements auf dem Laufenden halten. Und ich sage das, was ich immer sage. Am Ende bleiben Sie bei allem, was Sie lesen, was Sie an Informationen konsumieren, stets kritisch. Vielen Dank.